Merkur Hallo liebe andere Freunde! Wir befinden uns hier auf der Merkur in den Helder und fahren den fölften Juni 2013 Gestern, hier liegen wir diese außergewöhnliche Fahrt das ist ein Klippwisch und unter uns erachtens klar ist das der erste Klippwisch, der jemals in der Nordsee mit der Angel aus dem Wasser in der Nordsee Ja, hat eine Länge von 38 cm und ein Gewicht von 5,460 km 4,460 km 4,440 km 4,440 km 4,570 km 5,550 km Untertitelung des ZDF, 2020